Können wir gleich von hier weiter starten. Das ist perfekt. Hier sind ein Haufen Ghule am Start. Servus liebe Leute, der Apokalypse. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder alle eingeschalten habt. Zu einem weiteren Part von Metro Exodus. Und da steht schon wieder so ein hässlicher Pisser, Alter. Ach, scheiße. Das war jetzt nichts. Ja, das Problem ist, dass die Waffen sehr schnell abnutzen. Das ist ein fucking Jogging Problem. Aber es wird uns jetzt nicht stören. Wir gehen jetzt hier weiter. Hier ist auf jeden Fall irgendwo, müssen wir hier weiter, hier müssen wir drunter, glaube ich. Ja, wir haben in der letzten Folge unser Nachtsichtgerät gefunden. Oh ja, der böse Wahl, Alter. Hier haben wir noch volle Kanner Ober- und Unterlippe voll machen. Ja, wir haben in der letzten Folge... Oh. Das Funksignal ist miserabel. Ja. Willkommen, verdammt! Ende! Darunter? Immer noch kein Empfang. Ich kriege keinen Kontakt. Guck mal hier. Wir haben hier extra blockiert wegen den Ghoulen. Die Ghoulen spawnen da immer wieder. So. Deswegen. Oh. Nachtsichtgerät hat langsam keine Energie mehr. Okay. Dann müssen wir, glaube ich, noch ein paar Dringendrufe finden. Oh. Nein, lass die Maske aufmachen. Oh. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall... Haben wir ja die Hälfte schon geschafft von hier. Wir waren in diesem... Oh. Oh, Mann, Mensch. Von diesem Terminal hier auch geschafft. What the... Alter Falter, der Weihmacht hier alles kaputt, ne? Das ist riesen Vieh. Muss man schon mal sagen, ne? Wir könnten jetzt... Ich weiß nicht, ob ich hier langlaufen muss oder nicht. Das ist nämlich so die Frage. Weil wir könnten jetzt auch da hoch... Und dort... Achso. Und dann da wieder runter wahrscheinlich, oder? Ja, dann gehen wir mal da hoch. Vielleicht nicht, dass wir da was vergessen. Ja, unter so einer Gasmaske ist halt schon ziemlich heiß, ne? Alter, Alter. Hier sieht es schon mega krass aus. Ich habe irgendwo doch ein bisschen Respekt vor dem Weihmacht, muss ich schon sagen, ne? Okay, aber wir könnten auch hier oben langlaufen. Wir müssen gar nicht unten langlaufen. Den anderen bloß angeschossen. Hey, wo kommst denn du jetzt her? Hey. Hört doch mal mal auf mich zu schlagen, Jungs. Was? Ich habe keine Medikamente mehr. Das ist Kacke. Könnt ihr mich jetzt mal in Ruhe lassen, bitte? Danke. Ich muss mich schnell Medikamente machen. Falls ich nun mal waschen muss. Mitnehmen. Gut. Wir haben auf jeden Fall eine dauerhafte Quelle. Was werde ich denn jetzt machen? Genau. Ich werde ihn einmal heilen. Damit es uns wieder besser geht. Scheiße, das haben wir da alle auf uns aufmerksam gemacht hier. Scheiße. Komm her, Jungs. Hey. Guck mal. Ah, Scheiße. Ich hatte die Taste. Nein. Ach, komm schon, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Drücke und drücke und nein, du verkehrt die Taste. Hey, glaubst du das? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sehe gerade der Ton ist ja ein bisschen leise, ne? Oh Mann. Machen wir mal so. Ah, gut. Das ist zum Glück nicht weit gewesen. Können wir gleich von hier weiter starten. Das ist perfekt. Hier sind ein Haufen Ghule am Start. Das ist heftig. Ach, hat er abgenommen. Warum rätst du jetzt nicht? Bist du bescheuert oder was? Hallo? Hallo? die waffe ist so genial ein bisschen nur stahlkugeln aber die waffe ist einfach geil aufpassen nicht runterfallen könnte eigentlich auch schon ein scharfschützengewehr ausrüsten aber ich glaube dass doch die kugeln das fliege schon auch dementsprechend bleiben wali macht kein blödsinn wenn sie unten lang laufen dann kommt bestimmt wieder guhle dann laufen wir mal hier lang damit es sonst kein schaden verursacht ich werde noch hier lang laufen können na egal so ich werde jetzt nur mal schnell Medi-Packs herstellen so jetzt haben wir wieder voll schneller rein gezogen hier gut ist mal gucken dreckskugel ok ich müsste dann doch unten wahrscheinlich lang so ich habe überhaupt keinen bock drauf da habe ich überhaupt keinen bock drauf ja hallo wo muss ich denn jetzt hier lang oh akku leer irgendwie aufladen warte mal kann ich die denn auch aufladen so tatsache ja ich muss ja jetzt irgendwie raus ne und ich sehe gerade hier laufen wir eigentlich bloß im Kreis muss ich denn eventuell wieder zu meinem Boot zurück weil die Gude sind ja jetzt vernichtet da brauche ich es nicht lang da liegt noch so ein Kugel das ok warte mal dann gehen wir mal hier weiter hm ah hier geht es weiter ok warte mal ein bisschen Party hier damit ich das sehe könnte es ja eigentlich auch hier lang gehen aber da ist besetzt ne ich glaube immer so sieht man besser ne warte mal ein bisschen du kom ich hab gerade in seinem kopf nicht gesehen ist doch kacke so ist besser falls wirklich dann mal dunkel sein sollte oder sowas dann können wir es machen aber so ist es ja mal echte kacke oder wahl hat riesengroßen ach du heiliger entweder ist der noch sauer weil ich den letzten mal auf ihn geschossen habe oder der gehört hier dazu aber normal gehört der müsste ja dazugehören weil sonst wäre es ja blödsinn aber er ist bestimmt richtig angepasst ja anna ich lebe noch anna ich lebe noch ja ja ich lebe noch voll motiviert ja ich lebe noch mach mal hier die kubel auf ob das so eine gute idee war metro 2034 muss ich den töten oder was muss ich denn jetzt machen hm 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 das ist jetzt halt so die frage was ich mir jetzt eigentlich gerade stell will jetzt bin ich hier oder was auf jeden fall sind hier die ketsam oder die 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 sekten typisch gewesen auf jeden fall auf jeden fall ist jetzt der wahl hm 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 ja ja ist schon komisch so ja 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 und gucken wir mal hier rein wir können hier die Kasmaster absetzen Ist ja nichts besonderes hier. Okay, wir haben das alles erkundet und müssen. Ich bin im Terminal. Jetzt muss ich die Motodreisine finden. Ich hoffe sehr, dass sich in diesem Larin kein Minotaurus befindet. Ja, wo wir jetzt hinwaufen. Die Dreisine müsste ja direkt hier drin sein. Von hier sind wir ja gestartet. Oh, geil. Der hat immer einen Lauf. Das muss ich mal gewöhnen. Jawohl, die Pistole. Schwere schafft Griff und schweren Metall verbessert die Kontrolle über den Rückstoß, erhöht die Stabilität der Waffe erheblich. Alter Verwalter. Du brauchst schon einen Schalldämpfer. Roter Laser. Da wird der Verwalter. Heftig deftig. Da muss man ja irgendwie reinkommen, ne? Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Du musst nicht runterfallen, Alter. Bist du tot. So. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Okay. Da müssen wir irgendwie hier reinkommen, ne? Ach, hier unten sind wir durchgefahren. Jetzt, im letzten Part sind wir ja hier durchgefahren. Hier müssen wir gar nicht rein. Alles klar. Gehen wir mal wieder zurück. Dun dillelein, dun dillelein. Das haben wir ja gar nicht gesehen hier. Da geht's auch wieder weg. Die muss ja hier drin sein, die drei Sine. Das ist die da drüben wahrscheinlich. Und das muss ich irgendwie drehen, damit ich das wegkriege wahrscheinlich. Anders kann ich's mir ja nicht vorstellen. Okay. Ja, hier ist die drei Sine. Geht nicht, ne? Das ist das für mich. So Leute, ich denke mal an der Stelle machen wir kurz einen Part. Ich werde gleich mal gucken, was ich hier machen kann, was sich machen lässt und wir sehen uns dann wieder, bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüssi.